Ja, da sind wir wieder. Ich bin die Heidi von der Wisdom Factory und wir wollen mal wieder ein deutsches Interview machen. Schon ein Weilchen her, aber heute was ganz Besonderes. Und zwar, ich bin ja bekanntlich ein, ja wie nennt man das heute, ein Schwurbler oder sowas. Und irgendwann habe ich auf YouTube entdeckt, Sonntagsrunde, die Sonntagsrunde. Und da habe ich das mal angehört, dachte ich, naja, klingt ja gar nicht so verkehrt, was die da so erzählen. Und dann habe ich geguckt, wer macht das? Kontrafunk, wer ist das denn? Ja, und dann, ja gut, gucken wir mal, was das ist. Und dann habe ich das entdeckt, was das ist. Wir wollen nachher noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Es ist ein ganz tolles Internetradio mit so, so, so vielen Themen. Ich bin besonders näher von der Sonntagsrunde angetan, die ich fast jeden Sonntag höre. Dann gibt es da was für klassische Musik, ganz, ganz Tolles. Ich bin ja bekanntlich in der klassischen Musik tätig, zumindest gewesen. Dann gibt es Philosophieren, wunderbar. Dann gibt es was über die Sprache, dann gibt es was über das Rechtssystem, jede Menge. Man kann sich also so viele Themen anhören und man muss dazu kein Schwurbler sein. Man kriegt da richtig, richtig gute Informationen. Und da ist da auch ein Programm, das heißt der Fernruf. Da ist ein bestimmter Herr Gernot Danowski und der lädt die Leute ein, die aus Deutschland rausgegangen sind, irgendwo anders leben. Die sollen doch mal ihre Geschichte erzählen. Und das habe ich gemacht und fand es ganz toll. Ich meine, nachdem ich so oft Moderation mache, finde ich es klasse, wenn mal jemand nach mir fragt. Und wir haben das so richtig genossen, nicht, Herr Gernot Danowski, denn er ist heute mein Gast. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich das so toll finde, mal interviewt zu werden, dann könnte das ja für ihn auch so sein, nachdem er immer die Moderation macht. Und ich will Ihnen heute mal ein bisschen was fragen. Erstmal würde ich Sie einladen, ein bisschen was über sich zu erzählen, so das Allgemeine. Und dann über Kontrafunk und Moderation und so weiter kommen wir noch später. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Herzliches Willkommen von meiner Seite. Wobei, Sie sind ja die Gastgeberin. Das ist auch so ein bisschen eine verkehrte Rolle, aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl dabei. Und danke für die Einladung. Wir hatten es ja schon ein bisschen länger vor. Und da komme ich dann auch gleich zu dem, was ich über mich erzählen kann. Es kamen einige Dinge dazwischen. Also vielleicht mal so ganz im Groben. Ich bin 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem mittelfränkischen Ansbach, bin dann nach einem Geschichts- und Politikstudium nach Österreich, nach Wien, zum Einkaufsradio gekommen. Dazu vielleicht bei Bedarf noch mehr. Bin dann im Internet unterwegs gewesen, habe dort eine sehr liebe Frau kennengelernt, bin zu ihr raus aufs Land gezogen, nach Niederösterreich, 40 Kilometer von Wien entfernt, habe mittlerweile zwei Kinder. Die Tochter ist zweieinhalb und der Junge ist jetzt fast drei Monate. Und ja, da ist allerhand zu tun. Und der Kontrafunk beantwucht mich natürlich auch sehr stark, weil es gibt wahnsinnig viel zu tun. Es passieren unglaublich viele Dinge. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die bespielt und bearbeitet werden müssen. Neue Dinge, die man sich einfallen lässt. Viel Austausch untereinander. Und ab und zu kommen dann auch nochmal die Verwandten vorbei. Und eigentlich im Großen und Ganzen, es reduziert sich gerade auf Arbeit und Familie. Und deswegen muss ich schon sagen, es ist etwas sehr Besonderes, dass wir uns jetzt hier treffen und dass wir die Minuten miteinander haben. Aber das habe ich mir gedacht, dass diesen Luxus, den gönne ich mir jetzt, weil ich habe mich da auch ein bisschen drauf gefreut jetzt. Ja, und ich freue mich ganz sehr. Zumal, als wir uns damals unterhalten haben, da ging es ja um Franken. Ich bin ja bekanntlich auch Fränkin. Und da ging es um die Kobucher Bratwürste. Stimmt. Die müssen wir doch irgendwann mal noch zusammen essen. Oh ja, aber bitte nicht in Öl eingelegt. Für alle, die es nicht wissen, wir haben oder ich habe fälschlicherweise die Koburger Bratwürste in Öl eingelegt verortet, was allerdings nicht stimmt. Und ich glaube, ich habe die lustigerweise nämlich mit den Salsiccia verwechselt, oder? Die werden nämlich in Öl eingelegt. Genau. Und ja, da trieft es. Aber triefen tun beide und schmecken tun beide. Ja, das ist wunderbar. Ich werde dann das Interview, was Sie mit mir gemacht haben, was mir auch wirklich sehr gefallen hat, das werde ich dann verlinken unter dem Video hier. Da können die Leute auch die Gegenseite, Sie als Moderator diesmal und nicht als Erzähler kennenlernen. So, jetzt habe ich wirklich die Frage, wie kommt man zur Kontrafunk? Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich interpretiere aber Ihre Frage auch so ein bisschen nach der Motivlage. Ja, genau. Denn ich habe bei dem Einkaufsradio, ich möchte erst mal ganz kurz beschreiben, was das war und was wir da gemacht haben. Also letztendlich bin ich quasi zu einer Neugründung nach Wien gekommen. Die Rewe hat eine eigene kleine Firma in Wien sitzend, die für ganz viele Länder in Europa, von Bulgarien, Kroatien bis hin teilweise sogar Ukraine damals, also sehr weit in den Osten rein, aber auch zum Beispiel in Italien, im Penny in Italien läuft Penny Vem. Und da werden also Produkte angepriesen, die neuesten Angebote, die günstigsten Dinge und es gibt bei diesem Einkaufsradio, was im Übrigen live produziert war, gab es quasi 2014 das Bestreben dieser Firma und der Rewe, eine deutsche Version von den deutschen Penny-Märkten aufzumachen und dafür wurde ich quasi gecastet. Also komplett die schwarze Piratenflagge auf dem Meer des Einkaufsradios gehisst und da komplett wildes Programm gemacht, das wurde dann immer strukturierter und das Tolle da war, es gab eine eigene Morningshow für die Mitarbeiter zwischen sechs und sieben, bevor die Läden aufgemacht haben und die haben dann natürlich Gemüse und Obst und Getränke hin und her gewuchtet und hatten eine Menge zu tun, dann sperrten die auf und dann kamen die Kunden rein und dann endete sich auch das Programm. Aber zwischen sechs und sieben, kann ich Ihnen sagen, da war Highlife und Konfetti. Da lief musikwunschmäßig Helene Fischer, dann kam Rammstein, dann kam Sido, dann kam meinetwegen irgendein Fußballlied und so weiter. Also es ging wild zu, die Leute haben sich gegrüßt gegenseitig. Es war eine, und deswegen beschreibe ich das, eine Community. Es war eine Familie, es gab einen Zusammenhalt, aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber, im Laufe der Zeit, obwohl diese Arbeit Spaß gemacht hat, es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, über Essen zu reden, dann kam halt auch Corona. Und zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat sich der Sender, der auch zur vollen Stunde immer Nachrichten hatte, entschieden, weil man ja auch nicht wusste, wie was ist und wie schlimm ist es oder wie schlimm ist es nicht. Viele so diese Frequently Asked Questions herauszuziehen und so von weiter. Also es fing damit an, so von wegen, kann ich mich denn am Einkaufswagen anstecken? Kann ich mich an der Gemüsetheke und so weiter. Also das hat dann die Führung von Penny zusammengekloppt. Das haben die dann uns Moderatoren dann sagen lassen. Dann haben wir auch fast gar kein richtiges Programm mehr gemacht, weil das war ja Ausnahmesituation. Das war noch irgendwie verständlich und auch ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Phase der Corona-Zeit war ich sehr, sehr vorsichtig. Fast so ein bisschen ängstlich, muss ich sagen, weil ich hatte davon, ich hatte keine Ahnung, wie ich das irgendwie einschätzen soll. Und im Laufe der Zeit hörte man also auch immer mehr. Und dann kam aber diese erste Geschichte mit dem Impfen. Also dann kamen Masken, dann kam Desinfektion und so weiter. Und dann kam so diese erste Botschaft, wir kriegen einen Impfstoff. Und es dauert nur noch so und so lang. Und das wurde dann vorbereitet. Und wir haben das letztendlich journalistisch mehr oder weniger dadurch begleitet. Wir haben zur vollen Stunde auch immer Nachrichten. Das sind drei Meldungen, eine harte, wie soll ich sagen, eine News-Nachricht, eine gesellschaftliche oder eine Essens-Nachricht war das und eine aus Society und Klatsch und Tratsch. Und die erste Nachricht, die war dann immer, die Impfstoffentwicklung ist auf dem und dem Stand. Und lange Rede, kurzer Sinn, man ist immer mehr diese Schritte des Regierungsnarrativs und des Narrativs der Deutschen Presseagentur und der Agenturen, aus denen wir uns eben auch für die Nachrichten bedient haben, immer mitgegangen. Und irgendwann mal war das so konträr zu meiner Wahrnehmung und auch zu dem, wo ich denke, das ist jetzt einfach nur eine Verkündung von etwas, wo keiner eigentlich wirklich weiß, nicht mal ich, aber das einfach so mit einer Werf und einer Selbstsicherheit und einer So-ist-es-Mentalität irgendwie da bereiten zu müssen, das hat mir große Bauchschmerzen gemacht. Und ja, das war also so eigentlich so der Anfang, der emotionale Anfang vom Ende für mich. Und in der Firma selber, als dann die Impfstoffe da waren, das war in der ganzen Rewe so, da gab es dann, ja, ich bin nicht, das möchte ich hier betonen, auch nicht diskriminiert worden. Man hat auch immer, man hat schon geschaut, um Menschen, der gerne hat, ob der sich damit einen Gefallen tut, dass er sich nicht impfen lässt und so weiter. Aber man hat sich ja von vorher gekannt und wertgeschätzt und hat jetzt nicht auf mich mit dem Finger gezeigt und gesagt, das ist der Oberschwurbler. Ich kann nicht ausschließen, dass das hinter meinem Rücken irgendjemand gesagt hat. Aber mit mir ist man absolut korrekt umgegangen. Und dann war zum Glück Corona auch in Österreich vorbei. Und das will ich nun vielleicht kurz abschließen. Das ist die schönste Geschichte eigentlich, die österreichische Variante mit der Impfpflicht umgegangen zu sein. Man hat in Österreich als eines der wenigen Länder eine Impfpflicht eingeführt und hat sie, kurz bevor sie gegriffen hat, eigentlich fallen lassen, weil man dann das Verfassungsgericht gesagt hat, wir brauchen es nicht mehr, weil Omikron war ja da. Also man hat, statt zu sagen, das ist alles falsch und das ist nicht rechtmäßig, hat man gesagt, wir brauchen es nicht mehr. Es hat doch jetzt sowieso jeder was gehabt. Und dann war die Geschichte gegessen. Aber so bin ich zum, oder zumindest erst mal von dem Einkaufsradio, wo ich emotional, ich war da auch in mittlerer Führungsverantwortung drin, hatte mein eigenes kleines Ressort. Das war schon sehr schmerzhaft für mich, aber letztendlich war ich immer im Lockdown, wenn ich meine Wäsche aufgehängt habe, habe ich eben auch die Sonntagsrunden mit Burkhard Müller-Ulrich gehört und damals noch in Dubio und später dann Kontrafunk. Und dann eines Tages, während ich die Wäsche aufhing, wir suchen noch Moderatoren, wir machen nämlich ein eigenes Radio. Und ich denke mir, Mensch, das musst du machen. Und dann habe ich ihm eine Bewerbung vor den Latz gehauen. Die habe ich an einem Nachmittag abgeschickt und bin dann mit meiner Frau zum Heurigen gegangen, habe mir ein Weinchen getrunken. Am Nachmittag, schöner Sommer, Samstag. Und zwei Stunden, nachdem ich die Bewerbung geschickt habe, kam da so ein Anruf aus der Schweiz. Und dann kam also eins zum anderen und zwar, ja, so bin ich beim Kontrafunk gelandet. Ja, wunderbar. Ja, so wie das so kommt. Corona hat für viele das Leben verändert und manchmal auch wirklich maßgeblich ins Gute, maßgeblich ins Schlechte, je nachdem, wo man gerade so unterwegs war. Aber wir wollen ja nicht über Corona sprechen, wir wollen ja über Sie reden. Ja, was ich mich fragte damals, als wir das Interview gemacht haben, ja, Sie haben so eine tolle Stimme, haben Sie eine Stimmausbildung gemacht? Und da kamen wir ja dann drauf, nicht, über das Singen und so weiter. Da würde ich auch, ich sehe ein Klavier hinterher, tun Sie in der Mittagspause ein bisschen üben und so. Absolut, ja. Ich bin ein bisschen zum, also zu meiner musikalischen Ausbildung, ich bin eigentlich der klassische Chorsänger. Ich habe viel gemacht während meiner Schulzeit. Meine Eltern hätten es gerne gesehen gehabt, wenn ich Klavier gespielt hätte. Das habe ich auch drei Jahre lang. Das hat aber nicht so hingehauen, aufgrund des nicht vorhandenen Fleißes. Was ich aber sehr gerne gemacht habe und überall und immer und zu jeder Gelegenheit war singen. Und das wurde dann kanalisiert, indem man mich in den Kirchenchor gesteckt hat. Diesen Chor gibt es nicht mehr, aber es war, der war in Mittelfranken absolut bekannt, die Ansbacher Jugendkanterei unter dem damaligen Kirchenmusikdirektor Rainer Göde. Und die waren, die haben sich rekrutiert aus vielen Gymnasiasten von den drei Ansbacher Gymnasien und aus dem Umland. Man darf ja nicht vergessen, Ansbach hat einen 100.000 Einwohner Landkreis. Da kommt also schon einiges zusammen. Und zu seinen besten Zeiten hatte dieser Chor 50 Mitglieder. Und da kommt schon, das wissen Sie ja auch, ordentlich Volumen dann zusammen. Gerade bei natürlich im Saft stehenden Jugendlichen, die können schon ganz schön loslegen. Und das Schöne war daran, es war halb professionell, aber es war doch irgendwie Zug dahinter, weil der Kirchenmusikdirektor, der hat natürlich schon immer gesagt, könnt ihr denn am Sonntag, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir da Gottesdienst haben und dass dann das und das da gesungen wird. Und das war schön, weil der hat auch Stimmbildung mit uns gemacht. Also richtig gescheit sitzen, gescheit atmen, so diese Zwerchfellsprünge und diese Dinge. Und vor allem das, was ich auch so ein bisschen gelernt habe, nicht nur beim Singen, sondern generell ist dieses Hören. Also dieses Zuhören. Ist der andere falsch? Bin ich falsch? Wer muss rauf, wer muss runter? Und stimmt das alles so, wie wir uns das jetzt gerade zusammengesungen haben? Und das fand ich einfach so interessant, dieses wunderbare Ineinandergreifen der Stimmen, gerade wenn man so im Chor von einer Kirche steht, im Kleinen oder im Großen, dieser Nachhall und dieses, ja, einfach diese Atmosphäre. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also Singen war immer meins und irgendwann bin ich dazu übergegangen, auch gerne so diese heurigen Lieder aus Österreich von Hans Moser, Mein Nasal ist ja rot, weil ich so blau bin oder Perle im Donautal und so diese ganzen Geschichten nachzusingen. Mit der Ziehharmonika habe ich mir ein bisschen beigebracht und das Klavier ist so, ja, eine Spielerei, man weiß nie, wofür es gut ist, aber man kann, finde ich, und das ist das Schöne am Klavier und dann höre ich auf, einfach, weil man die Tasten auch visuell vor sich hat, einfach viel genauer sagen, wo bin ich jetzt tonlich gerade? Also es gibt ja Leute, die müssen sich es geistig, also vom Auge auch vorstellen, wie man Musik macht und wie man singt und manchmal hilft es ganz gut dabei. Ja, vor allen Dingen, wenn man kein absolutes Gehör hat, ist ein Klavier manchmal schon ganz praktisch, nicht? Absolut, ja. Ja, und das finde ich toll, dass Sie über Singen die Stimme entwickelt haben, aber wie haben Sie es geschafft, ich komme ja aus Frankreich und das hört man, wenn ich normal spreche, nicht? Wie haben Sie es geschafft, sprechenderweise keinen fränkischen Dialekt zu haben? Ja, das war auch so früher in meiner Jugend, ich will nicht sagen das Trennende, aber meine Eltern haben uns, mein Bruder und mich schon sehr Hochdeutscher zogen. Also es ist nicht so, dass die den Schnabel des Volkes in Anführungszeichen nicht verstanden hätten, Gottes Willen, meine Mutter, die kommt vom Fränkischen, vom Ansbacher Umland, die kann schon richtig ansbacherisch reden, so richtig mittelfränkisch auch, verstehen tut sie sowieso alles und als meine Großeltern noch lebten, war das auch immer herrlich, ist sie dann auch immer in das Fränkische verfallen, so ein bisschen vom Slang her, das war immer ganz nett zu beobachten. Aber mein Vater, und daran mag es liegen, kommt, oder die Familie kommt aus Ostpreußen und die sind als Ostpreußen dann über Umwege nach Ansbach gekommen, beziehungsweise mein Großvater, väterlicherseits, ist dann als Regierungsbeamter nach Ansbach gekommen und dort haben die sich dann niedergelassen und haben, ja, mein Vater ist groß geworden, aber vom Schnabel her, von der Sprache, kann ich mir vorstellen, dass es daran gelegen haben mag, dass zumindest die eine Hälfte meiner Familie sich dann nicht gleich ins Fränkische hineingestürzt hat, sondern schon eher halt, ja, aus Gründen oder weil man es nicht anders konnte oder wollte, halt eher beim Hochdeutsch geblieben ist. Also genau und das übertrug sich dann ziemlich direkt auf meinen Bruder und mich, aber wir sind da adaptionsfähig, also sobald wir dann mal unter, auch unter sehr breitsprechenden Franken sind, dann schimmert das Potenzial zumindest ab und zu ein bisschen durch. Sie haben ja gleich einen kleinen Versuch abgegeben, ich habe es gehört, das Fränkische und auch Österreich so ein bisschen, nicht? Ja, aber da halte ich mich zurück, weil die Österreicher, die schätzen es nicht unbedingt wahnsinnig sehr, wenn man sie oder wenn man das Österreicher, als Deutscher, das Österreichische nachmacht, weil der Deutsche macht ja unglaublich gern das Österreichische nach. Das, ich glaube, und deswegen mal kurz die Gegenfrage, ich glaube, die Italiener, die finden es total toll, wenn man versucht, Hände und Füße zu verwenden. Die wissen natürlich, aber ja, aber ja. Kein Mensch käme auf die Idee, dass sie denken, sie wären dann Italiener, aber die, die fänden es doch total toll, als wenn man mit Händen und Füßen spricht, oder? Ja, total. Und das ist das, was fällt dir, was denkst du, ja, das ist das, ja, ja, heißt das aufgrund Deutsch, oder Essen, ich habe Hunger, das, wenn man sich so an die Italien von der Seite, ja, 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 nee, die Italiener sind da schon, die sind gut in Händen und Füßen, ja. Also das ist, das ist quasi so mein, die sprachliche Herkunft und das ist die stimmliche Herkunft auch, genau. Ja, das hat mich ja eben als ehemalig, zumindest als Sängerin, sehr interessiert, weil ich habe es praktisch nie, ich kann natürlich jetzt anders, wenn ich wollte, gesetzt, aufgesetzt sprechen, ja, so mit, mit Gesangsstimme könnte ich sprechen, aber es fällt mir immer schwer, also bei mir kommt immer das, hm, Tränkische durch, wenn ich Deutsch rede. Ich finde es schön. Na ja, gut, kommt drauf an. Ja, ich habe ja noch, damals hatte ich ja in Berlin gewohnt und dann hatten wir ein Bauernhaus in Neustadt bei Coburg und die reden nochmal anders und auf dem Dorf war das so, also ich habe es ja gerade noch verstanden, aber ich war damals mit einem Berliner, nicht direkt Berliner, aber so einen, der so Hochdeutsch eben nur konnte und dem musste ich das öfters übersetzen, was die alte Oma gesagt hat, also das hat er nicht mehr verstanden. Und die Dialekte waren schon sehr, ich glaube, jetzt geht es ein bisschen verloren. Aber das ist ja nicht das Thema. Wir wollen ja über den Kontrafunk die Stimme der Vernunft, so will ich auch das Video nennen, die Stimme der Vernunft. Warum ist es die Stimme der Vernunft, Ihrer Meinung nach? Und was machen Sie da Vernünftiges? Es kommt, das ist eine interessante Frage, was das Selbstbild vom Kontrafunk, aber auch mein persönliches Selbstbild ist. Genau. Das Selbstbild, also ich spreche jetzt mal von mir, weil es glaube ich, weil ich das direkter und authentischer wiedergeben kann, aber das Entscheidende ist, in der heutigen Zeit, wie ich finde, nicht eine Meinung mit Leidenschaft irgendwie zu vertreten, weil dann geht man auch so ein bisschen in die Richtung des Aktivismus. es geht um den Zweifel, es geht um kritische Fragen. Jetzt kann man natürlich sagen, wer den Kontrafunk aufmerksam hört, wir haben natürlich viele Interviewpartner, die, wie soll ich sagen, aus einer, aus der Wirtschaft kommen, aus der Politik kommen, aus der Kultur kommen, aber eben auch viele aus dem Handwerksbereich, die direkt an der Basis dort arbeiten und wissen, ja, funktioniert das jetzt mit der Wärmepumpe oder nicht? Ja, funktioniert das jetzt mit, also warum gehen die Bäcker pleite und solche Sachen? Das können uns gerade eben diese Leute sagen, die wirklich an der Basis bei solchen wichtigen Berufen eben auch arbeiten und natürlich sprechen vor allem diejenigen mit uns, die uns eh schon gewogen sind und von denen sie wissen, ja, da haben sie keine, da werden sie nicht zerrupft, da werden sie nicht in die Pfanne gehauen und dementsprechend sind manchmal, nicht immer, ja, aber manchmal geht es schon allein durch die Auswahl der Interviewpartner und der Themenauswahl schon in eine bestimmte Richtung. Das ist aber insofern in Ordnung, als dass das gesamte Medienspektrum schon so einseitig ist, dass es allein den Leuten eine Stimme zu geben schon wieder quasi zur Vielfalt und zum vollen Spektrum dazugehört. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer kritisch zu sein, so kritisch, wie es mir möglich ist, aber auch zu informieren bei Themen, wo ein, wo man vielleicht vorher noch nicht so viel davon gehört hat und aber auch meine, meine Meinung jetzt nicht nach vorne zu bringen, weil ich bin kein Aktivist, ich bin Journalist und das ist das, glaube ich, allein das ist heutzutage schon viel, glaube ich, was einen dann von den, von vielen Medien unterscheidet. Viele andere Medien geben sich auch Mühe, aber ich denke, wie beim Kontrafunk, wir kriegen das eben sehr gut hin und wir kriegen es eben sehr gut hin, dieses Mosaiksteinchen oder, da wir ja auch wachsen, diese Mosaiksteine zu sein, die eben im Meinungsspektrum und im Medienspektrum einfach ein noch bunteres, aufklärerisches und erweiterndes Bild abgeben und da bin ich sehr froh und sehr stolz darauf, dabei zu sein und dabei sein zu dürfen und ich denke, wir machen das ganz vernünftig. Ja, also absolut, ja. Ich finde es auch gut, zum Beispiel die Nachrichten, natürlich, derjenige, der das auswählt, hat natürlich ein Spektrum, wo er es auswählen kann und wählt halt bestimmte Sachen aus, aber sie klingen sehr neutral, wie sie auch gesprochen werden, da ist nicht irgendwie so, der, wie sagt man, der, bei dem Angriffskrieg da drüben, da wurde doch immer in den Mainstream im Nächsten der verbrecherische Angriffskrieg oder sowas. Solche Sachen werden nicht, solche manipulativen Begriffe werden nicht benutzt und es wird einfach gesagt, was ist, mit einer bestimmten Nachdrücklichkeit auch, die Stimmen sind meistens sehr gesetzt, fällt mir auch gut und das ist das eine, die Nachrichten, aber auch die politischen Geschichten, die sind sehr ausgewogen, finde ich, also natürlich haben wir nicht, so Aktivisten sind selten dabei, aber wenn, das ist nicht immer die gleiche Meinung in den, dann schauen Sie sich die Kommentarspalten an, also bei uns, da gibt es auch eine rege Diskussion, natürlich auch gerade jetzt, auch, das fing mit der Ukraine an, bei, das geht natürlich ich bei Gaza auch weiter und bei Israel, das ist, da können Sie nicht sagen, dass es eine Meinungsrichtung und das ist eine, ein Meinungsumpf, das ist sehr unterschiedlich und da, ja, also das, wir versuchen halt so wenig wie möglich zu, also manchmal macht man es, weil es einem entweder nicht auffällt oder weil man es irgendwie so gewohnt ist, aber das Framing versuchen wir möglichst eigentlich zu unterlassen. Genau, und das fällt auf, die Polemik fehlt, ja, und das ist sehr schön und dann auch die Vielfalt der Themen, ja, es ist nicht nur ein politischer Kanal, im Gegenteil, da sind so viele andere Sachen da dabei, was ich alles schon gelernt habe da, auch über das Rechtssystem oder wie gesagt, die beiden, die immer Philosophie bekakeln, das finde ich auch so wunderbar und obwohl ich ja mit Musik zu tun habe, diese klassische, der klassische Kanal jede Woche, von der Jennifer Leary, es ist einfach toll und das kann auch Menschen, die von klassischer Musik nichts verstehen, können dadurch hingezogen werden und das erkennen, wie das ist und so ist es bei all diesen Themen, ich höre das so gern zu, obwohl es es gar nicht meine Themen sind, unbedingt, aber jetzt kommen wir nochmal zu Ihnen, der Fernruf, ja, das habe ich ja ein paar Mal gehört und habe gesagt, Mann, ist ja toll, dass ganz normale Menschen eine Stimme kriegen, ja, auch da in diesem Ander-Hallo-Kontra-Funk, wenn die Menschen anrufen, dass sie dann sagen können, was sie wollen, ohne zensiert zu werden oder so, die sagen es halt einfach und beim Fernruf fand ich das toll, die Geschichten aus, was weiß ich, Mexiko, Paris letztendlich und wo auch immer her, Ungarn und noch, ich glaube, einer war aus Japan oder so, also ganz weit drüben und so, dann finde ich einfach toll und da habe ich erst gedacht, ich gehöre nicht dazu, weil ich bin ja nur schon 30 Jahre in Italien, und dann bekam ich im Anruf, ja, ja, wir machen das und jetzt sind sie hier auf meiner Seite. Ja, so ist das. Ja, genau. Jetzt wollte ich noch fragen, was, wie sehen Sie die Zukunft, also sowohl Ihre persönliche als auch die berufliche, außer als auch vielleicht die von dem Kontrafunk, der ist ja noch ziemlich jung, der hat ja erst einjähriges, einjährigen Geburtstag gehabt vor ein paar Monaten, ist er auf allen drei Ebenen oder vielleicht gibt es noch Jetzt haben Sie mich auf dem falschen Fuß überrascht, der Kontrafunk ist älter als ein Jahr. Ja, ja, gut älter. Ich wünsche dir, ich hoffe, mein Chef sieht das jetzt nicht, aber ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich vielleicht damit rausreden, dass ich nicht von Anfang an beim Kontrafunk, nein, ich glaube tatsächlich, ich glaube, es war, es war im, ja, ja, er wird dieses Jahr zwei Jahre alt, so ist es, es war im Juni 2022, so was, ja. Vor ein paar Monaten, das könnte ich sein. Ja, ja, genau. Ja, wie sehen Sie da jeweils die Zukunft? Also ich glaube, dass es, also, ich habe keine genauen Zahlen, was die höheren Zahlen angeht, ich kriege von den Technikern, die da den Blick drauf haben und immer mal wieder so zwischen Tür und Angel heißt es auch, dass wir wachsen und dass auch nach einer gewissen Zeit den Leuten es nicht mehr komisch vorkommt, jetzt vom Kontrafunk angefragt zu werden und viele Dinge sich auch im Gesagten normalisiert haben und auch viele Dinge, die kritisch betrachtet werden, auch von uns kritisch betrachtet wurden, mittlerweile auch so in der Gesellschaft angekommen sind. Das ist nicht nur der Verdienst vom Kontrafunk, sondern auch von der Realität und von vielen anderen alternativen Medien natürlich, aber wir merken, dass wir da auch, ja, wahrgenommen werden, dass wir gehört werden, dass man, oft ist es so, man kommt irgendwo hin, kauft beim Bäcker ein und dann ist da ein Aufkleber an der Tür, an der Glastür vom Bäcker, vom Kontrafunk. Also es ist so, man wird manchmal überrascht, von wem man alles gehört hat und wer einen alles kennt. Und das ist toll. Und das wird natürlich nirgendwo, wie soll ich sagen, das taucht natürlich noch in keiner, andere Medien, die nicht wir sind, sprechen da natürlich nicht drüber und wir wollen uns jetzt auch nicht so wahnsinnig selbst belobhudeln, aber es geht was voran. Und vor allem muss man auch sagen, wie die Leitung vom Kontrafunk es geschafft hat, diese, also die Sendungen und das Programm auszubauen, das finde ich großartig und das zeugt auch von Sinn und Verstand. Sie haben die unterschiedlichen Sendungen schon angesprochen. Vielleicht gehen wir es nochmal durch. Hallo Kontrafunk, das ist eine Sendung, wo man anrufen kann, wo man frei von der Leber live am Telefon mit jemandem sprechen kann. Wir haben noch gar nicht erwähnt, Leib und Speise. Das ist eine Sendung, wo Markus Fahlefeld nicht nur übers Essen spricht, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht oder aus kulturwissenschaftlicher Sicht übers Essen spricht und man da ganz andere tolle Aspekte noch mitbekommt, unvergessen seine Folge, wo er über Bienen und Bienengift und Honig und so weiter und über diese Urtümlichkeit der Biene spricht und da einen Interviewpartner hat. Oder sei es eben der Fernruf oder sei es Basta Berlin, wo das Neueste aus dem Politzirkus aus Berlin oder aus Deutschland irgendwie präsentiert wird. Jede Sendung, und das finde ich das Tolle und das qualitativ Großartige, hat die Protagonisten, die diese Sendung braucht. Also jeder sitzt wirklich tatsächlich an der Stelle, wo er auch am besten, was er wirklich gut ausfüllen kann. Und das merkt man, das macht die Sendungen authentisch. Und allein von der Qualität, ich rede jetzt nur von der Qualität, allein von der Qualität her müsste man sagen, dieses Programm und dieser Sender, der setzt sich weiter durch und er entwickelt sich auch weiter. Wie das dann mit der Finanzierung und so weiter ist, das ist immer, das muss zum Glück nicht meine Sorge sein, aber es dürfte sich herumgesprungen haben, dass wir keine öffentlich-rechtlichen Gelder haben und dementsprechend, ich möchte jetzt kein Spendenkonto unten irgendwie eingeben, aber wir sind im Großen und Ganzen ein spendenbasierter Sender und wir haben auch einen schönen Shop, da kann man sich eben mit diesen besagten Aufklebern eindecken, Entschuldigung für die Schleichwerbung jetzt, aber das ist halt die Realität. Und wir können nicht auf irgendwelche großen Töpfe irgendwie zurückgreifen, die reichhaltig von irgendwelchen NGOs an uns weitergereicht werden, Besser, besser, sonst werdet ihr auch noch komisch. Ja, möglicherweise, genau. Nein, aber das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch meine Unwissenheit, weil ich natürlich nicht den direkten und detaillierten Einblick habe, aber mein Gefühl sagt mir, dass es von der Qualität her stimmt und allerweise ist es so, dass die Qualität sich auch durchsetzt. und wir werden bekannter. Ich glaube, dass es von Kontrafunk eine gute Zukunft geben wird. Das möchte ich bestätigen. Ich finde die Qualität absolut gut, wirklich absolut. Also ich bin froh, dass es sowas gibt. Und einen kleinen Obolus kriegt er jeden Monat von mir. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Vorbildlich. Ja, und wie es für mich persönlich weitergeht. Ich mache meine Fernruf-Sendung sehr gerne weiter. Ich persönlich habe auch noch, naja, das muss ich mal schauen, wenn der Chef das jetzt sieht, dann wird er überrascht sein. Nein, vielleicht noch irgendeine Kultursendung, wenn es sich irgendwie ausgeht. Aber ich habe mit dem Fernruf schon sehr viel zu tun. Da Interviewtermine ausmachen, das Ganze selber produzieren, Ganze bearbeiten. Akquise, da steckt schon ordentlich was dahinter. Ich mache ja auch noch die, unter anderem gelegentlich, die Kontrafunk-Aktuell-Sendung. Neben den anderen Moderatoren dafür. Und ich bin da also vollständig ausgelastet. Das Einzige, was jetzt vielleicht nichts mit dem Kontrafunk zu tun hat, ist, dass ich nebenher noch versuche, mir etwas Kleines aufzubauen, wo ich Trauredner oder Traureden anbiete, so das ganze Brimborium drumherum, die Zeremonie, freie Trauungen werden immer wichtiger. Die Leute gehen aus den Kirchen raus, im Großen und Ganzen, an den Strand, unter die Buchen und Trauerredner und noch dazu, ja, Event-Moderation. Da habe ich jetzt, bin ich gerade dabei, eine Homepage zu basteln. Das ist so das zweite Standbein. Und dann bin ich schon richtig gut ausgelastet. Und eine Familie haben Sie ja auch und die Kinder wollen ja hin und wieder meinen Vater sehen, nicht? So ist es. Dass Sie eine, ich sage mal mal, eine andere Familie wären, als unsere Generation noch aufgewachsen ist, wo Vater selten zu sichten war, nicht? Absolut. Ja, das ist wunderbar. Ja, schön. Ich freue mich, dass Sie hier sind mit Bier. Und ich möchte Sie jetzt gerne noch fragen, was liegt Ihnen vielleicht noch am Herzen, dass diese doch nicht allzu reichlichen Zuschauer aber vielleicht interessieren könnte oder was Sie noch rübergeben wollen in die Welt? Tja, also erst mal vielleicht so als, was heißt frohe Botschaft? Nein, aber das, was mich immer wieder erstaunt, ist und ich, dass in beschränktem und begrenztem Maße dieser virtuelle Raum, in dem auch wir uns jetzt befinden, durchaus in der Lage ist, die Leute dann doch irgendwie zusammenzubringen. Und auch der Kontrafunk ist ein sehr virtueller Sender, weil wir alle arbeiten dezentral, wir produzieren ja alle Sendungen immer vor, speisen die dann in ein System ein und unsere Sendeleiter sorgen dann dafür, dass das alles irgendwie technisch dann funktioniert. Aber wenige von uns bekommen sich physisch tatsächlich zu Gesicht. Und ich finde es höchst beachtlich, dass auch der virtuelle Raum dennoch in der Lage ist, das irgendwie zu leisten. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Idee, das Kontrafunk und an den Menschen, mit denen man zusammen ist online, so wie wir auch jetzt. Also ich begebe mich ungern in ein Gespräch mit jemandem, wo man irgendwie merkt, das passt nicht oder da hat man irgendwie keine Lust und so weiter. Also das, ich dachte während der, während der Corona-Zeit eigentlich immer, ach Gott, diese ganzen Zoom-Konferenzen und so weiter, das wird uns alle irgendwie da niederstrecken irgendwann. Und zu der Zeit war es auch so. Aber jetzt finde ich das mittlerweile wieder eine sehr gute Ergänzung. Das ist jetzt keine große Lebensweisheit, aber das finde ich immer wieder doch beachtlich, was das in der Lage ist, zu leisten. Und ansonsten merke ich es für meinen Teil auch immer wieder, bei aller Freude, die ich bei der Arbeit habe, bei allem Wortwitz, der mir manchmal bei den Moderationen einfällt oder den ich auch im Radio höre. Bei der Familie zu sein, ersetzt am Ende des Tages nichts. Und das, also mich ersetzt keiner als Vater und dann allein dieses Strahlen und dieses Getappel, wenn ich noch eine Tür aufmache und diese fünf Meter im Gang, wenn die kleine zweieinhalbjährige Maus dann grinsend in meine Arme rennt, das ist einfach das fantastisch und da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich aus dem Büro komme und komme dann sehr gerne aus dem Büro. Also das ist etwas, das klingt so banal irgendwie, das hätte ich vorher, muss ich auch selbstkritisch sagen, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja und wenn irgendjemand gesagt hätte, das Wichtigste in meinem Leben ist die Familie und so, ja, ja, komm. Also dieses als Floskel ja, aber letztendlich ist es tatsächlich, ich begreife diesen Satz erst jetzt und bin froh, dass ich ihn begreifen darf. Genau, denn darauf kommt es wirklich an, auf die Beziehungen nicht und nicht auf das ganze Blödsinn, der in der Welt passiert, nicht. Ja, dann kann ich Ihnen nur wünschen, dass das alles ganz toll wird, dass die Kinder ganz toll aufwachsen in einem guten Surrounding, also im guten Ambiente, auch abgesehen von der Familie und dass sowas wie jetzt passiert ist, dass die nie mit sowas Masken oder sonst was konfrontiert werden, sondern dass sie in Freiheit hineinwachsen, aufwachsen und hineinwachsen können. Das wünschen wir uns eigentlich alle, Absolut, ja. Ja, dann danke Ihnen. Viel Ehe und viel Liebe und dann wird alles gut. Darauf kommt es an, darauf kommt es an. Und Musik, wollen wir nicht vergessen, ne? Aber selbst Musik, es ist eine andere Geschichte als Familie, wenn man sich gut in der Familie versteht, wenn dann jetzt, wo sie sich ja alle gespalten haben und so, dann Hickhack und so, da könnte man auch auf Familie verzichten. Aber solange es so schön und harmonisch ist, das ist unersetzlich, unbezahlbar. Freue ich mich für Sie, ich habe es nicht, ich habe nur das Internet, meine Beziehung, die meisten Beziehungen im Internet und ich stelle fest, dass trotzdem das Herz sich öffnen kann, dass trotzdem eine tolle, tiefe Beziehung passieren kann mit den Menschen, wenn man sich öfter sieht, es ist, es hat alles ein Für und hat alles ein Gegen, nicht? Und ich bin froh, dass es das gibt und dass ich Sie jetzt gesehen habe und ja, machen Sie es gut, bis zum nächsten Fernruf oder die andere Geschichte, aktuell, Kontrafunk aktuell. Ich höre Sie immer raus, jedes Mal, sobald ein Wort gesagt wird, da weiß ich, das sind Sie. Gut, ich danke Ihnen. Frau Hörnlein, herzlichen Dank für Ihr Interesse, danke für die Möglichkeit, ein bisschen über den Kontrafunk zu sprechen und vielleicht schafft es ja der ein oder andere Hörer, sich ein Bild zu machen, denn das ist ja eigentlich so auch der Kern der Sache. Ermuntern, hört es rein, ich mag eigentlich auch ermuntern, hört nicht nur die Alternativmedien, sondern macht euch auch ein Bild bei den Medien, die uns als Mainstream-Medien verkauft werden, sonst würde man den Unterschied ja gar nicht mehr merken. Es geht mir leider mittlerweile schon so, ja, ich denke immer, das ist doch normal, so was ich so höre, dass es sachlich berichtet wird und so und dann höre ich dann plötzlich was anderes oder Leute, die so Sachen erzählen, sag ich, wo habt ihr denn das her, ja? Und man gewöhnt sich dran an gute Berichterstattung. Genau. Oh Gott. Nein, das ist gut. Okay, Frau Hörnlein. Ja, ich hoffe auch, dass ein paar von den Menschen, die das jetzt hören, dass sie es mal zumindest gucken, mal ein paar Sendungen hören von Kontrafunk und ich bin ziemlich sicher, dass also sehr viele daran hängen bleiben, sag man mal, ja, denn es ist wirklich eine tolle... Das Schöne ist auch noch, dass wir unsere Sendungen alle mehr oder weniger in einem Podcast-Archiv archiviert haben. Also es läuft ihnen nichts weg. Die müssen da nicht am Livestream hängen, um irgendetwas zu bekommen. Natürlich gibt es viele Genusshörer, die linear auch gerne Radio hören, aber wer sagt, ich möchte jetzt fünfmal Gesellschaft 3.0 oder fünfmal den Rechtsstaat am Stück hören, der kann das alles quasi in der Bibliothek oder in der Mediathek nachhören und das ist eigentlich auch ganz nett, wenn man mal davon nicht genug bekommen kann. Genau, und das heißt kontrafunk.radio, nicht? Die Webseite. Kontrafunk.radio, so ist es. Ja, und da war ich so erstaunt über die Menge an Gästen, die schon da waren. Das sind zwei oder drei Seiten so eng beschrieben. Irre. Also, ich finde es ganz toll. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und Sie werden mich oft nicht sehen und auch nicht hören, aber ich werde Sie hören. Machen Sie es so schnell. Vielen Dank. Machen Sie es auch gut. Alles Liebe. Liebe Grüße nach Umbrien. Ja, danke. Ciao. Ciao.